hallo und willkommen zurück auf meinem kanal groundet unser spiel und ich bin hier gerade mit masse wir sind im unterwasser hallo ja ich weiß ich weiß ungeschickt wir sind hier am unterwasser labor im teich und ihr das ding hier so mehr damit zu laufen gekriegt diverse rucksäcke haben wir hier verloren durchgestorben sozusagen gar nicht so einfach und ja warum geht das nicht auf kann ich hier irgendwas machen weil der herr mal wieder nicht lesen tut doch 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 nein tust du nicht ich bin hier gerade am umgucken also eine werkbank kann wir hier unten schon klar wir unten können wir nicht bauen das türchen kriegen wir noch nicht auf ok und wieso hast du die minzkeule draußen mal gut dann immer die minzkeule dies doch mal bitte links oben was denn betritt die öffnung in der tiefe wo ja mitkommen so gut hast du respawn gesetzt nein sicher ja besser ist das also wirklich so viel durchsterben hier geht gar nicht wo lang der counter bei der letzten ich habe aufgehört erzählen ja ok also sind beide gestorben unfassbar oft was du mehr was für ich kann schon sein egal das war noch mehr willig ok wo heute raus habe ich so aber mal hier ist ein roter knopf wir haben zwei grüne türen die andere war der ausgabe von so hin macht ja nichts so hier hast du was dammstest tag 36 mein gott wie viele dinger liegen hier noch um fitness generation 7 stabil die gefäßsysteme haben sich geradezu bemerkenswert entwickelt lalala und so weiter notizen aber gucken vielleicht ist das ja wichtig aerobike programm für die laborgruppe entwerfen um natrium bildung zu fördern und an mutil motivations geht ne aspekt motivations aspekt ins wachstum einzufügen daten in burgels rezeptmodul ein einfliegen endlich etwas wofür wir eine geteilte leidenschaft entwickelt können was was für eine seltsame story ist das denn hier h3c plus ch3 dies wird das noch zusammengeschwurbelt wird das in den kreis seien zu ja okay ich verstehe es ja 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 völlig einleuchtend ja du hier da müssen wir ein was damit schon mal ein wer geht wo rein da müssen wir ein das heißt wir müssen schon wieder ist ja echt schlimm und fett dunkel ist es hier hallo ich weiß nämlich nicht mehr wie lange die hülle und da ich komme hier gerade nicht die tür nein doch jetzt war es der schmächtige peter moment ich habe doch noch ich muss doch noch eine fackel haben da ist wäre schon schön wenn ich auch was hier ja und runter ja und runter da ok doch nicht doch nein wir gehen jetzt ja ich bin da eben gewesen habt ihr nicht gesehen bin wir zurück und dann habe ich dich wieder nicht gesehen wahrscheinlich bist du an mir vorbeigeblubst so ein müsst ihr wie ich ein du und den bürger nicht hauen nicht hauen Log 88.06.23a Soll, ok. Der Fackel! Ich hab dir grad nen Chat geschrieben. Ähm... Ne. Raus mit der Fackel. Denk doch an die Umwelt. Ja! Ah! Wo ist es? Da! Sollte einfach die Keule. Ja, hab ich ja vor. Ähm... Das geht ja hier gar nicht. Moment! Oh! Komm! So, jetzt. Gut. So, hier, Computer. Na, Tasten hämmern. Hämmer-Tasten, Junge. Voila, Hämmer-Tasten. Ah! Teichluke, Bio-Dom, Zugangsrampe. Ähm... Bio-Dom-Automatik-Modus. Okay. Das sieht aus wie durchgekreuzt. Okay. Ähm... Bio-Dom-Terminal neu starten. Okay. Ich nehme an, du weißt wo. Alles klar. Hier ist noch mal. Hast du dich? Nein! Zeig mir sowas nicht. Ach, nö. Ergebnis für die Doktor Wendel Tulli. Aufbereitet durch... Ähm... Vogel... Ähm... Ja, ja. Okay, okay, okay. Alles Dinge, die sich selbst erklären. Letztendlich nichts wichtiges. Gut. Und doch eigentlich schon. Naja, nicht so wirklich. Also, naja. Das ist das Story-Modus. Äh, sorry. Was, 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 was? Das gehört alles zur Story. Ja. Wieso? Äh... Was? Ist doch nicht da lang. Ich bin hier so gekommen, oder? Jo. Ich denke, der Weg des Unmöglichen, die wir beschritten haben. Ah, der müssen mich hinan, China. Die, 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 die. Das sind zwei. Drei. Okay. Okay. Also, ich tippe mal drauf, dass du... Ja, genau so drauf gehst. Okay. Ups. Ich dachte, man kann blocken. Haha. Ja, also irgendwie nicht so gut. Was ist China? Das war nicht so schön. Sehr gut. Na gut. Nein, hau ich's halt so so brei. Ach, da hast du. Oh ja. Okay, den ersten haben wir. Was denn? Du hast mich verdruckt geschlagen. Was ich dich? Nö. Ja, doch. Ach, was? Nein. Ja, jetzt du mich. Wow, verwandt her. Nein, geht ja gar nicht. Oh. Ja, meiner ist im Rucksack. Ja, meiner auch. Uns geht's gerade gar nicht gut. Das ist klar, oder? Hier nicht. Ja. Aber mir wegen dir. Ja, und mir auch wegen dir. Wow. Wenn ich erwischt. So. Ach. So, ich laufe gleich an ihm vorbei. Moment. Jaja. Oh. Oh. Das schaffe ich gerade nicht. Moment. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Moment warten. Vielleicht verschwinden wir. Sag Bescheid. Ja, sie haben ab. Sehr gut. Komm her. So. Weg, 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 weg. Jetzt hat's mich erwischt. Super. Wie sieht's bei dir aus? Lohans ruhig, ganz ruhig. So, sag Bescheid. Ja, ja, ich sag Bescheid. Momentan ist die Tür auf und der verfolgt dich gar nicht gut. Ja, ab'n gleich, ab'n gleich. Okay, okay. Zehn. Und der andere steht an der Tür. Drei, zwei, ja. Los, schnell, schnell, eins. Oh. Wow. Was für ein Nervenkitzel. Danke dir. Ja, was macht er ohne mich? Ja, hätte ich dich nicht aufgehoben, hättest du mich nicht aufheben können. Ganz klar. So. Hier weiter. Wow. So. Ähm. Da sind wir durch, da sind wir jetzt, also müssen wir jetzt bei den Fußstapfen. Gut, dann machen wir das. Ey, wieso hast du jetzt sämtlich Verbände? Deswegen. Ach. Da kam hinter mir noch einer? Ja, da ist noch einer. Tatsächlich. Und zwei sogar. In einem Christus Tod. Warte, warte, warte. Ah, nein. Jo, nein, habe ich. Oi. Komm, 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 komm. Schnell, 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 du». Nein! Same. Oh, 62. hätte denn ich warten können ja so was ich habe überlegt er lässt er los und rennt noch mal irgendwo anders hin ja war ein fehler ok ja jetzt ist er reif na klar so warte im moment schon weg ja ich sehe dann sowohl nicht weiß nicht lang bist gibt es doch nicht ich habe keine rüstung an und ich wundere mich für die ganze zeit fußstoffen da ja ich habe doch auch keine rüstung eigentlich kann man nichts reparieren aber nichts dabei hier haben wir analyse aber es ist gerade belegt wir brauchen erst mal sagt ja ich nicht vorderseite haben es test tag 7 ok die ereignisse unterscheiden sich nicht einmal geringfügig von den ergebnissen der vorläufe vorläufig was vorläuft jetzt mein gott der rosenkohl ist etwas lose und zielig schlaff wer denkt sich sowas aus ja vielleicht ein bisschen falsch übersetzt ja nicht nur das also das ist also das liest die echt seltsam ja das machen aber auch neue leute freiwillig darf man betonen ist kein deutschsprachiges spiel es nicht wirklich community es wird von der community frei übersetzt das machen freiwillig in der freizeit auf geht's analysieren ja du bist ja fertig dann kann ich sehr gut dann kann ich immer noch nicht wieso weil ich immer noch mal rucksack brauche ja wir sind doch gestorben ja hier wo was hier wir sind doch hier kam gestorben nein vorhin wo sie roboter bums ding star das erste mal erwischt haben so müsste alles haben gut was ja endlich endlich hat er mich verstanden jetzt aber gut was nehmen wir als erstes ich würde sagen ruderwanzenflosse nehme ich als erstes ja denn die kreuzschuppe ja würde ich auch sagen flüssig flossen dann die knochen ja 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 weiter geht's schuppe kreuzschuppen brustpanzer das platte eigentlich ja kreuzschuppen helm kreuzschuppen beinpanzer ok nun schweiz level 7 sehr schön schwarzes ameisen schwert schwarzer ameisen schild und schwarzer ameisen schaufel ok sehr gut ich hoffe brauchen wir auch ja aber jetzt kommt erst mal der knochen in die analyse einmal knochen durch und knochen dreizack richtig sagt damit kann man unter wasser hauen das ist schön so gut haben wir ja so level 10 ich bin verwundert naja ok genau ich habe nämlich jetzt keine ist keiner kann man HEI machen kommen hoch amazingly gut primer gibt colour hier dann hat man so gut so gut mal gucken wir da wieder in der kasette nein ein chip ja ja moment moment jetzt im moment okay den chip haben wir noch nicht aber den haben wir jetzt erwischt das heißt das ganz schön schwierig daran zu kommen und das kann ich hier auch noch betätigen komische kuppel schickt sie das aus schick 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 moment wir machen das aus der sicht das hat was automatik modus ja irgendwie was höre ich ja aber gleich okay das ist schon ein bisschen sexy hier so das was das macht mich schon ein bisschen monitore die aussicht ja habe ich doch gerade gesagt die monitore ok also wenn er es noch nicht gesehen hat da deswegen sagte sie gut aus erinnert irgendwie an was wohl na 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 aber dann zurück ja 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 haben die vorher nicht gemacht schaden das ist ja blöd wenn ich schaden machen ja du kannst aber auch der ist es direkt verbrauchen sagen ja das sagte mir jetzt aber noch eins haben es test tag 91 ja genau alles klar ja nimmst du die man mit die müssen wir alle einsetzen ich habe keinen platz mehr aber es soll ja trinkt weniger das kann ich hier ablegen das kann ich denn hier mal ablegen oder verbrauchen noch besser ja ja so wenn du fertig bist kommst du runter moment ok ich glaube das war sogar eben zu viel naja egal so ist ok so dann wollen wir die noch mal einsammeln wir müssen wirklich das im hochwahl ich verdurste bald weil was weil ich verdurste bald ja also inventar ist voll gut ja alternativ wir können hier auch das wasser trinken müssen wir nur eben halt hinterher noch was essen moment habe ich was zu essen noch glaube nicht mehr ich glaube ja doch hier den riegel so dann mache ich das ja der riegel bringt ja noch mal das wäre ja nicht das wäre nicht das problem das was wir hier können wir gar nicht trinken gute lasst uns zurück ab in die base ok ein zugang der etwas leichter ist wie schön oder zion naturkunde aber wenn wir schon mal hier sind was jetzt ich tauche erstmal auf oder besorgt mit sauerstoff was wir überall pflanzen die die sauerstoff ich bin doch gerade auf dem weg bist da liegt eine münze da liegt eine münze united states of america ok naja hier steht nicht drauf von welchem jahr was waren das jetzt super jetzt bin ich natürlich wieder im labor wie schön ist das denn nein ich dachte jetzt nicht okay das ist ein fisch und wenn es raus allerdings den anderen weg der war näher der muss aber sehr viel weiter schon ja ja egal was denn wollte hier und noch ein point of interest sein beziehungsweise in sieben zuschauern aber die spinne stört mich gerade ja die hat mich eben zerlegt das ist das ärgerliche dabei du warst ja noch viel weiter als ich viel wichtiger ist dass ich es hier raus schaffe aber sieht gar nicht so schlecht aus oder also ich würde jetzt den ausgang nehmen die wir es gerade genommen haben dann wäre es zu viel schneller das mag sein und näher dran das mag sein da ist ein sauerstoff bläschen nein ja ich habe keine wahl ich muss vertreten ich war einer sauerstoff blase bin ich mir ganz sicher okay während ich hier versuche wieder zurück zu kommen würde ich sagen anstrengend anstrengend also ich sage einfach mal bis zum nächsten mal ciao Tschau, tschau. Tschüss.